Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ganz frisch sind sie da, die ersten und auch offiziellen hochauflösenden Bilder zur neuen Lego Starship Collection. Bevor es losgeht, sei mir noch einen Hinweis auf meinen WhatsApp-Kanal erlaubt. Diesen könnt ihr kostenfrei und anonym abonnieren, folgt dazu einfach dem Link in der Videobeschreibung. Ihr erhaltet dann jedes Mal eine Benachrichtigung auf euer Handy, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder auch mal, wenn es andere interessante Sachen zu berichten gibt. Ja, gerade erst ist mein anderes Video zu den anderen beiden Lego Star Wars Sets online gegangen. Da habe ich gesehen, die drei neuen Sets der Lego Star Wars Starship Collection gibt es jetzt auch schon online. Und zwar wurden die im Online-Shop von Bricksworld, ich glaube, das ist ein australischer Lego Certified Store gelistet. Bei denen ist jetzt nämlich schon der 30. Januar und am 30. Januar beginnt nämlich der Vorbestellungszeitraum für diese Schiffe hier. Die kommen allesamt am 1. März raus und hierzulande ist, glaube ich, aber die Invisible Hand so ein bisschen teilexklusiv. Aber wir fangen mal von vorne an. Da haben wir als erstes die 75375. Das ist der legendäre Millennium Falke. Ist auch das größte dieser drei Sets hier. 921 Teile zu einem Kostenpunkt von 85 Euro bei uns in Deutschland. Das kommt aber, soweit ich weiß, in den freien Handel. Also Rabatte sollten hier durchaus drin sein, sicherlich. Ich muss aber sagen, der erste Eindruck hiervon ist wirklich sehr gut. Nur kurz vorab noch eine Info. Ich schaue mir hier die Bilder auch gerade zum ersten Mal an. Also so ein bisschen on the fly. Ich hoffe, ich erkenne zumindest alles Wichtige. Also wir haben hier natürlich, wie ich schon, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr angekündigt hatte, wieder so einen Standfuß dabei. Die Executor, die jetzt im Mai 2023 rauskam, ist sozusagen der Vater dieser neuen Serie hier. Da stand noch nicht Starship Collection auf dem Karton und die hatte auch nicht diese schöne silberne Verpackung mit dem 25 Jahre Logo drauf. Klar, das ist halt letztes Jahr erschienen. Aber ich würde sie trotzdem hier dazu zählen, denn der Standfuß, den wir hier haben, dürfte zumindest, was das Optische belangt, derselbe sein. Also wieder dieser schwarze Standfuß links und rechts eigentlich so eine Gitterfliese. Hier ist es jetzt aber anders, denn hier steht nicht wie bei der Executor der 40 Jahre Return of the Jedi Stein drauf, sondern so ein 25 Jahre Lego Star Wars Sammelstein. Und vorne haben wir dann eben wieder die bedruckte Fliese, in diesem Falle mit Millennium Falcon. Und den können wir dann halt dort draufstellen, auf diesen Standfuß. Und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie hübsch dieses Schiff wirklich aussieht. Ich meine, es ist ja ein kleiner Maßstab. Auf der Rückseite kann man es erkennen, ich glaube so um die 24 Zentimeter lang in etwa. Also es ist schon eigentlich relativ klein und jetzt natürlich auch nichts gegen den UCS Millennium Falcon. Aber alle wichtigen Details sind hier wirklich drin. Das Cockpit scheint bedruckt zu sein, die Cockpitscheibe. Allgemein sind das, glaube ich, sind das alles Drucke. Dafür sind die Bilder leider hier zu unscharf, würde ich annehmen. Wir hoffen einfach mal, dass alles Drucke sind. Wir haben ja hinten noch diese Entlüftungsdinger. Keine Ahnung, was es ist. Diese Rundfliesen und vorne auch noch so ein paar Rundfliesen an den Seiten. Sind auch nochmal an den Luftschleusen auch so runde, weiß ich nicht, ob es Fliesen sind oder vielleicht auch was anderes. Da sind auf jeden Fall auch jede Menge Details drauf. Wir hoffen, dass es Drucke sind und keine Sticker. Weil wenn das Sticker wären, wäre es echt ein bisschen ärgerlich. Weil ich meine, wenn es Drucke sind, ist das echt ein perfektes Set. Fehlt vielleicht nur noch so eine Han Solo Minifigur. Zwinker, Smiley, Lego, bitte da irgendwie mal dran denken, hier auch Figuren beizulegen. Aber ansonsten wirklich richtig, richtig geil. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass man hier auch den Gedanken weitergegangen ist. Bei der Executor war das ja so ein kleines Easter Egg, dass da Darth Vader und die Sechskopfgeldjäger als so kleine Studfiguren drin waren. Und genau das ist hier auch wieder der Fall. Wir haben Chewbacca und R2-D2 am Holoschachtisch. Dann noch C3PO, Prinzessin Leia. Und wer ist das mit dem braunen Han? Das könnte vielleicht Han Solo sein. Also auch das gibt es hier wieder als Studfiguren, so als kleines Easter Egg, dass man dann natürlich, wenn man es aufgebaut hat, wahrscheinlich nicht mehr sehen wird. Aber richtig, richtig cool, dass das hier auch drin ist. Dann gehen wir zum nächsten Set, die 75376, die Tente 4. Dazu haben wir ja jetzt nicht nur dieses Hallway-Set, sondern eben auch noch dieses Micro, nee, nicht Micro, sondern Midi, 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 ich weiß es nicht. Ich glaube, Midi heißt das, Midi-Scale. 654 Teile, 79,99 Euro. Das ist erstmal auch wieder ein ganz schöner Krache, aber auch das sollte in den freien Handel kommen. Und auch hier ist der erste Eindruck wirklich, wirklich richtig positiv, muss ich sagen. Die Tente 4 bei Lego ja bislang immer eher so klobig dargestellt. Hier ist sie wirklich schön langgezogen, wie das, glaube ich, auch im Film dargestellt wird. Also die Corvette ist ja eigentlich relativ lang und so groß ist dieser Hammerhead-Kopf vorne eigentlich gar nicht. Da stimmen hier die Proportionen bei diesem Midi-Scale-Modell, glaube ich, eher überein. Auch hier wieder die 25 Jahre Verpackung. Der schwarze Standfuß mit dem 25 Jahre Stein, mit der bedruckten Fliese, mit dem Tente 4 Namen drauf. Und auch hier gibt es wirklich wieder schöne Details hinten auch an den Antrieben. Nicht nur, dass die Antriebe schön aussehen, sondern auch dort gibt es wieder Fliesen, die hoffentlich bedruckt sind. Also ich hoffe mal nicht, dass das Sticker sind. Das wäre echt, echt ärgerlich, wenn Lego hier bei diesen Sets für Erwachsene so viele Details nur durch Sticker lösen könnte, würde, möchte, wie auch immer. Ja, und auch hier haben wir, wenn wir uns das Bild gerade mal angucken, wieder dieses Easter Egg mit den Stadtfiguren. Da sehe ich R2-D2 im Hintergrund. Davor steht Prinzessin Leia, dieser weiße und der braune, das Prinzessin Leia und rechts daneben C-3PO. Das dürfte eben gerade diese Szene sein, wo Prinzessin Leia R2-D2 die Todessternpläne übergibt. Aber alles in allem, ihr merkt es, ich bin wirklich begeistert davon, wie cool diese Schiffe hier aussehen und die Tente 4 halt auch. Das ist wirklich eine richtig coole, kleine Sammelserie. Man kann sich hier entweder alle sammeln oder sich eben sein Liebstes raussuchen und das dann meinetwegen auf den Schreibtisch stellen oder so. Also wirklich richtig cool. Und dann haben wir noch die 75377, die Invisible Hand 557 Teile. Nur das ist das kleinste Set, wird 53 Euro kosten und das ist wie gesagt so ein bisschen teilexklusiv, habe ich gehört. Also das kann sein, dass es das zum Beispiel nur bei Smith Toys oder nur bei Müller oder so gibt. Also mal sehen, wie es dann letztendlich sein wird auch. Auch hier haben wir wieder die gleiche Verpackung mit dem silbernen Rand, mit dem 25 Jahre Logo. Auch hier dann wieder der schwarze Standfuß mit dem 25 Jahre Stein und der bedruckten Fliese mit Invisible Hand diesmal drauf. Ich glaube 30 Zentimeter lang ist das Schiff. Wie gesagt, es ist halt auch wirklich steinemäßig das kleinste, obwohl es von diesen drei Schiffen mit Abstand das größte ist in Universe. Dafür haben wir hier allerdings eine interessante Spielfunktion, möchte ich es fast mal nennen. Im Film ist es ja so, dass das Schiff so sehr getroffen wird von feindlichem Beschuss, dass es dann irgendwann auseinanderbricht, glaube ich. Oder ist das, weil sie in die Atmosphäre eintreten? Ich weiß gar nicht, weswegen genau es auseinanderbricht. Es bricht aber auf jeden Fall auseinander. Und Palpatine, Anakin, Obi-Wan und R2, die fahren dann nur noch mit dem vorderen Teil in den Flughafen von Coruscant ein. Und der hintere verglüht irgendwie in der Atmosphäre oder sowas. Und genau das kann man hier eben auch darstellen. Also jetzt nicht diese komplette Geschichte, aber zumindest, dass das Schiff in der Mitte auseinanderbricht. Da ist nämlich so eine Sollbruchstelle, wo man das dann auseinandernehmen kann. Leider scheint es nicht irgendwie die Möglichkeit zu geben, dass man das dann auch genauso auf dem schwarzen Sockel präsentieren kann. Also da scheint man das dann nur in zusammengesetzter Form draufstellen zu können. Aber ich finde, es ist zumindest ein nettes Easter Egg, dass das dann eben hier genau wie im Film so auseinandergenommen werden kann. Ja, und dann steht hier natürlich auch noch authentische Details, wie zum Beispiel der Hangar. Das scheint jetzt hier irgendwie nur so transparente Steine zu sein. Also so authentisch weiß ich nicht. Da hatte ich eigentlich mitgerechnet, dass da vielleicht auch in Form dieser Stats vielleicht ein gelber und ein roter noch drin sind, der dann Obi-Wans und Anakin's Jedi Starfighter darstellt. Vielleicht ist es so, vielleicht erkennt man es hier nur auf den Bildern nicht. Aber ansonsten, ja, der Hangar ist halt dargestellt, aber besonders Easter Egg mäßig finde ich das jetzt nicht hier. Da ist das mit dem Auseinanderbrechen schon irgendwie cooler. Auch hier sehe ich gerade, gibt es wieder die Logos der Konföderation unabhängiger Systeme, also der Separatisten und irgendwie noch so ein paar andere Sachen. Und wirklich, wirklich, ich hoffe einfach, dass das keine Sticker sind. Das würde diese Schiffe so viel, 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 viel besser machen, wenn das einfach dann drucker sind, konsequent bei so einem 18 Plus Set. Aber hier auf dem anderen Bild sieht es gerade leider so aus, dass das bei diesem abgerundeten Stein, wo das Separatisten-Logo drauf ist, dass das vielleicht ein Sticker ist. Ich weiß es nicht. Doch, doch, das sind Sticker. Oh, nee, 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 das sind tatsächlich Sticker, diese beiden auf diesen abgerundeten Stein. Und das hält ja dann leider auch immer nicht so gut. Also, ja, ich glaube, wir müssen da dann allerdings nochmal auf noch bessere Bilder warten, um das zu verifizieren. Ich glaube, wenn Lego dann endlich mal nach fünf Tagen hier die richtig hochauflösenden hochlädt, dann werde ich auch nochmal ein komplettes Video machen, welches jetzt denn alle komplett im März rauskommen. Und da schauen wir uns dann auch nochmal alles komplett an und hoffen, hoffe ich, dass wir da dann alle Easter Hacks und Feinheiten dieser Sets entdecken. Das soll jetzt erstmal nur der erste Eindruck hier sein von diesen drei Schiffen. Wenn ihr die anderen beiden Sets sehen wollt, schaut euch auch gerne mein anderes Video an. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen drei Schiffen der neuen Starship Collection unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss!